Der Herr Roth und ich haben ein halbes Bier getrunken und dann setz ich mich wieder nieder auf den deppenden Sessel und dann ist er zusammengebrochen. Ich hab mir gedacht, das ist während dem Schlafen passiert. Ein Buster schläft nie, merkt ihr das? Ende im Moment vom Schmerz. Denkt man da drauf, jetzt bin ich beim Kreuz im Club. Es gibt einen Modellbau-Club, einen Oldtimer-Club, einen Fahrrad-Club, einen Fotoklub und natürlich noch viele mehr. Und seit einiger Zeit den in Österreich ersten und wahrscheinlich einzigen Stumperl-Club. Egal ob Daumen, Seigefinger, Mittelfinger, Ringfinger oder der kleine Finger. Egal, Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist, mindestens ein Fingerglied muss fehlen. So treffen sich zweimal im Jahr die Mitglieder des Stumperl-Clubs Bad Ischl, um im Kreise Gleichgesinnte einen geselligen Abend zu verbringen. Jetzt muss ich da nochmal fragen, wie hast du davon gehört, dass es da einen Stumperl-Club gibt und wie war das? Ja, der Pfiff Hans hat mit einem angefangen und der hat zu mir gesagt, weil wir im Kegel oben schießen, da haben sie gesagt, der möchte ich gerne so einen Club machen. Und durch das hat sich das dann ergeben. Und da hat dann, naja, so gewann es gemeint, am Anfang halt gemeint, na, es wird eh nichts. Aber die Voraussetzungen waren schon vorher schon gegeben, oder? Also nicht, du wolltest nicht einfach so mitmachen? Nein, nein, das wäre schade. Die sind schon vorher gewesen. Ja, das hat sich dann so gegeben. Und da standen sich auch, du tust nicht an mich, hat er gesagt. Na so, ich sage, was schreckt dich. Wann ich schon dabei sein kann? Ja, dann hat er mal dort umgeschickt und dann haben wir halt mal zum ersten Mal da hergekommen, nicht? Haben gesagt, schauen wir uns das mal an, weil Hans, eigentlich. Da sind aber gleich mal zehn, zwölf Leute gekommen, weil es sind halt ein wenig, aber gut, das macht nicht. Vielleicht sind es nächstes Mal mehr. In Zukunft werden es noch mehr werden. Ich habe mir der Bekannte angerufen, der Ischler, dass es da was gibt und ich jetzt bin da. Ja, und? Jetzt müssen wir natürlich wissen, was hat es bei dir? Das ist vom Bärschießen, der ist beim Lohner losgegangen. Wann war das? Nächstes Jahr werden es 40 Jahre. 23. Dezember 72 war das. Das ist ein Tag von heiligem Abend. Schöne Weihnachten. Da haben wir so das Nettra-Dach, dass du dann mal zum Stumpel-Club kommst. Jetzt gibt es ja schon so viele verschiedene Clubs. Jeder macht einen Club. Wie war das? Wie seid ihr jetzt auf die Deck gekommen? Jeder, der mindestens ein Fingerglied fehlt, ist bei uns herzlich willkommen. Nun, wie gesagt, ich habe ungefähr 40 Adressen derzeit. Gesamtlich tun wir die Adressen immer wieder ergänzen. Teilweise kommen auch einen zurück. Aber der Großteil, ich meine, heute sind wir ausnahmsweise einmal wenig. Aber letztes Mal waren wir 10 oder 12. Da waren wir ein wenig mehr. Wer kommen kann, kommt. Da kommen sicher laufend Mitglieder dazu, oder? Es ist so, dass... Es ist so, dass... Ich komme mir gar nicht. Ja, nein. Die was... Neu-Mitglieder. Neu-Mitglieder, Neu-Mitglieder. Ich meine, da brauche ich die gerade... Ich habe den Portier vom Krankenhaus zum Beispiel. Der ist auch ein Stumpel-Club. Er hat den Mitglied. Aber der hat heute Nachtdienst, also aus dem Grund gar nicht gekommen. Das ist der Lauf. Dann wird das gleich gleich weiter. Also wenn jetzt einer eingeliefert wird im Krankenhaus, wird er gleich dann übergegeben einen Stumpel-Club. So, so, so arg, so arg ist es nicht. So arg ist es nicht. Aber... Aber es war an und für sich... Es war eine ideale Sache. Bei uns wurde das liebbar schön. In der Eile des Gefechtes. Gefährlich. Wann war das? Letztlich. Jetzt hat man mich gar gefragt. Na, 10 Jahre. Ich sagte, ja, so war es von 70. Ja. Aber es ist schnell gegangen. Ein Blick daneben und da schon da. Und da schon passt. Wie war's da drüben? Was ist da passiert? Da wollen wir natürlich auch Stumpel sein. Ja, bei der Klebmaschine. Eher? Das ist gefährlich, oder? Ja, das ist sehr gefährlich. Die meisten Welle jetzt gerade. Wie war das da? Bei mir ist es gewesen, am 30. Mai 96 bin ich in den Garten gesessen, da ist noch eine Flasche Bier trunken und habe so einen Kloppsessel gehabt. Da sitze ich schon 10 Minuten drauf, dann rieche ich mich und auf einmal liege ich am Boden. Dann schaue ich. Nicht nur Sie? Das hat ein wenig gewehrt. Auch der Finger? Dann schaue ich, habe keine Fingernugel mehr gehabt. Aber das ist noch ein relativ großes Stumpel, sehe ich da. Wie schaut's da aus? Na ja, das ist halt so. Ich hatte so ein Breckerl. Als Mechaniker ist mir das schon dann ein wenig angegangen, meine Mutter nachbeißen. Ja, hergegangen ist das so blöd. Ich war beim Kranerwitter und haben mir eine Fassel Kohl geholt. Und der hat nicht Zeit gehabt. Da haben wir es halt selber runtergelassen mit dem Kran. Das war so nirgender Kran. Und dann habe ich Stahlsäure gehalten, dass es mir nicht gehalten hat. Und da fährt es auf und der Freund hat es mir in den Finger einzwickt. Da so drüber und das dann hingewendet. Er war weg. Und von Anfang an sind Sie auch Mitglied vom Stumpelklub? Ja, freilich komme ich halt. Weil ich bin auch einer von den Behinderten. Es ist fast zum Neidischwerden, dass man nicht dabei sein darf. Aber er tut nicht weh, er tut gar nichts. Also ich komme schon an. Aha, okay. Da haben wir nur, muss ich jetzt auch noch nachfragen. Stumpel will man natürlich auch sagen. Au weh, ein kleines. Das ist ein Hund. Auf die Tappen. Aber nicht an einem Tag, oder? Nein, nicht an einem Tag. Nein, nein. Da ist ein Jahr dazwischen gewesen. Aber es ist dann doch ein klasse Gefühl, oder? Wenn man sich dann trifft und dann die Geschichten von den anderen auch hört und so. Ein bisschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist schon lässig. Ich habe wieder die Scheine. Ich habe die Scheine. Jetzt muss ich da gleich fragen. Also du bist ja auch dabei beim Stumpelklub? Was ist das? Was war bei dir? Ausschlaggebend, dass du Mitglied geworden bist? Ich war im Pfiff Hanskein. Das war der Grund? Ja. Und jetzt hast du zufällig? Nein, ich habe drei Stumpel. Also eigentlich vier, aber der Oberschenkelprothesen gilt da nicht. Aber durch das bin ich, und der Hans hat mir das ja erzählt, dass das da zusammengekommen ist. Und dass da ein wenig Tisch geriert wird und dadurch bin ich dazugegangen. Also Handicap selber eigentlich hast du gar keinen, oder? Nein, man muss sich aber auch als Handicap. Ich bin eigentlich Maurer und Zimmerer. Aber durch diese Arbeit ich wieder mit Holz. Und da habe ich ja das Vogelschnürzen. Das ist der, was man früher pfügel gemacht hat. Dauerpult. Das ist eh ischle. Jetzt stellt man sich das schon so wahnsinnig schwierig vor, mit Zehnfängern. Wie geht das? Mit den Fingern ist es weiter einfacher, weil wir da die langen Finger nicht in den Weg sind. Weil das ist ein Fingerspitzengefühl. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Fingerspitzengefühl. Das hängt mit einem Fingerspitzengefühl an. Und nachdem meine Fingerspitzen so breit sind, habe ich weit mehr gefühlt da. Jetzt muss man nur sagen, du hast gerade vorher noch was hergezeigt, oder? Auf der anderen Hand hast du doch auch noch irgendwo da ... Das ist gerade von der ... Das ist leiserlich. Nein, da ist das Geld gerade gehuppen. Das ist von der Dichten, wahrscheinlich. Da hat man die Scharten ausgeräumt. Da hat man nichts gehabt. Und das ist für den Abbricht. Da habe ich es halt weg. Statt dem Blasen hast du alles weggewischt. Dann hat es halt den Slowenfänger gewischt. Nach und da, ne? Da schaust du das Mürt aus daneben, oder? Nein, schau gar nichts mehr. Da siegst dich frei, Lord. Nein, Lord singt immer nicht.